Oh, hier, mein Sonnenschein, komm, jetzt wird das Leben wieder gut. Udo, man hört dich da hinten schon wieder rumschreien. Lass mich, frag ich ihn doch mal, den Brummbär da, was hier für Behauptungen und Tatsachen und Sachen hergestellt werden. Ich hab das Ding noch nicht mal aufgemacht. Ja, aber hier ist nicht in Ordnung mit System mit Udo. Ey, jetzt mal, fällst du auch an. Aber wer war denn am Ball? Ich hab doch gelohnt, hab doch das. Ja, das war auch aufgeräumt. Lena, jetzt mal ganz vorsichtig im Schuhkarton, ganz vorsichtig. Weil der Schuhkarton ist ziemlich klein. Der Fuchs sitzt im Detail. Und der Detail ist nicht, und mir sitzt nicht als Detail. Mir ist für Detail. Und der Fuchs sitzt im Bau. Das hört mal genau auf. Wer war hier bei? Das weißt du, und du wirst jetzt die Tatsachen richtig darstellen für den Brummbär da. Was du hier nicht immer aufbrechen? Nee, jetzt tun wir nicht in Ordnung bringen. Wer war hier gestern? Keine Namen, sag einfach, hier waren Personen, so wie du das gesehen hast. Und du saßt auf Knien selber dabei. Ja, und hab hier gesucht. Ja. Aber es ist wirklich kein System drin. Lena, tu mir nicht in Ungnade bringen hier. Und vor allen Dingen, nicht im Bericht der Schreibt, Timo Brandt tut Zigarette am Tank anzünden. Da gibt's Minuspunkte. Danke.